Servus, Glück auf und jetzt willkommen zur weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal begrüßen wir Daniel Peretz, unseren neuen, dritten, vielleicht aber auch zweiten Torhüter. Wir werden sehen. Wir haben einen jungen Torwart, 23 Jahre, ist Daniel Peretz alt. Er hat 133 Spiele bereits gemacht in der ersten israelischen Liga. Ein Torhüter, der zur Familie passt, der bodenständig ist, einen guten Charakter hat. Also alles ein Paket, von dem wir glauben, dass wir perspektivisch mit ihm sehr gut arbeiten können. An dieser Stelle für uns die ideale Lösung in unserem Torhüter-Team. Und ich freue mich darauf und bin sicher, wir werden noch viel Spaß mit ihm haben. Servus. Sehr gut. So, ich hatte keine zweiten Gedanken und das war die einzige Option für mich, zu gehen zu Bayern und ich bin so glücklich und glücklich, dass ich hier bin. Ja gut, was soll doch alles sagen, ne? Ja, Leute. Kriegen wir ein scharfes Bild hier hin oder was? Kriegen wir nicht, dann gehen wir auf den Talk-Hintergrund. Ja. Daniel Peretz, Leute. Bevor ich reingehe in das Thema, muss ich leider noch mal ja, an alle rechten, idioten und rassistisch beleidigenden Menschen im Internet sagen, verpisst euch einfach. Alter. Ich hoffe, keiner von euch Idioten ist hier irgendwie auf dem Channel und guckt hier zu oder sonst was. Wenn dem doch so sein sollte, verpisst euch. Ich habe kein Interesse an, dass hier irgendwelche solche Menschen hier zu gucken. Ja. Hat mich sehr traurig gemacht. Schon ähnlich, wie es bei Tell war. Hier ist es natürlich noch mal ein bisschen spezieller. Aber ja, am Ende des Tages eigentlich selber rassistische Beleidigungen gehen halt gar nicht. Und das sind alles ganz, ganz arme Würste, die ja, die sowas machen und so eine Lebens-Einstellung haben. Aber das würde an dieser Stelle jetzt hier auch zu weit führen. Ich möchte nur ganz klar sagen, ja, verpisst euch hier, wenn ihr hier sein solltet. Ihr seid hier nicht willkommen. Gut. Kommen wir zu Daniel Peretz. Ja, ist ja das passiert, was ich gesagt habe. Man hat sich jetzt dann doch für diese Art Torhüter entschieden, was ich natürlich sehr begrüße. Weil, wie ich schon sagte, man weiß nicht, inwieweit ein neuer noch mal zur alten Topform kommt. Und der andere Aspekt, ein neuer war schon bei der letzten Vertragsverlängerung sehr, sehr gierig. Ja, das muss man auch mal noch mal vielleicht herausstreichen, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Ich denke, wenn man jetzt in einem Alter ist, wo man auf die 40 zugeht, sollte man dann vielleicht auch mal knallharte Abstriche machen bei einem Gehalt. Ja, und wenn das nicht passiert, dann muss man sich von so einem Torwart, egal, was er mit dem Verein erreicht hat und sonst was, dann auch mal trennen. Ja, man muss jetzt nicht auf biegen und brechen den Vertrag mit Neuer dann verlängern. Beim Spieler, der über 20 Millionen verdient, in dem Alter ähnliches gilt natürlich auch für Müller. Ja, die müssen jetzt mal langsam Abstriche machen, wenn sie doch dieser Mir Samir, Familie und so weiter und wenn der Verein so wichtig ist, sollte das aber auch selbstredend sein. Ja, weil ein Müller, müssen wir uns auch nichts vormachen, wird diese Saison auch nicht mehr als ein Teilzeit-Stammspieler sein. Ja, das haben die ersten beiden Spiele schon gezeigt und daran wird sich auch nichts ändern. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Was auch okay ist, wie gesagt, er hat ein gewisses Alter und wenn die Jungs nochmal irgendwie richtig abkassieren wollen, dann sollen sie halt nochmal zwei Jahre nach Saudi-Arabien gehen und dann können sie ja gerne zum Club zurückkommen, um irgendwelche Funktionen in welchen Ämtern auch immer zu übernehmen. Das ist auf jeden Fall meine Meinung, aber das nochmal am Rande, das ist ein anderes Thema. Ja, wie ich schon sagte, für mich, ich kenne ihn jetzt nicht, ich kann ihn nicht beurteilen, so weit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, ich habe mich jetzt auch nichts angeguckt von seinen 133 Spielen, wie gut oder schlecht er ist. Mir ging es nur darum, dass man halt so eine Art Torwart verpflichtet, wie man es jetzt getan hat. Ist ein erfahrener Torwart mit seinen jungen Jahren, weil er viele Spiele gemacht hat. Ja, auch wenn es keine Top-Liga ist, sondern die israelische Liga, aber Fußball wird dann nun auch gespielt, das heißt, er hätte ja auf jeden Fall Praxis. Das ist schon mal so das Erste. Das andere, er soll ein Riesentalent sein, charaktermäßig soll er reinpassen, und das ist doch das Wichtigste. Und ich bin gespannt, er wird jetzt geholt mit der Aussicht, dass er die Nummer 3 ist und erst mal die Nummer 2 hinter Ulle jetzt. Lasst mal 3-4 Wochen ins Land gehen, Leute. Da wird man sehen, wie es im Neujahr steht und ich kann mir vorstellen, wenn er wirklich so ein großes Talent ist und auch schon so erfahren ist, dass er mit dem Ulle in den Konkurrenzkampf geht und vielleicht am Ulle vorbeizieht, vielleicht mal die eine oder andere Chance bekommt, vielleicht in irgendeinem Pokalspiel oder sonst was, wird man sehen. Und selbiges gilt halt auch, wenn Neujahr wieder da ist. Das heißt nicht, dass Neujahr dann gleich, okay, man weiß es nicht, man ist beim Kimmich ähnlich bei uns, wir haben ja so ein paar Spieler, die halt einfach immer spielen, egal, welche Leistung sie bringen. Es wird interessant zu sehen sein und ich denke, für ihn ist das doch super. Er hat zwei super erfahrene Torhüter, von denen er viel aufsaugen kann, viel lernen kann, auch Neujahr dann der Weltklasseniveau hatte. Ja, und dann lass ihn doch mal ein Jahr bei uns bleiben, wenn er die richtige Einstellung mitbringt. Und das Wichtigste, wenn wir ihm dann auch nochmal nach dem einen Jahr dann auch eine Chance geben, sich dann auch mal oder auch jetzt mal in diesem Jahr vielleicht mal die Chance geben, sich in dem einen oder anderen Spiel einfach mal zu zeigen. Dann haben wir alles richtig gemacht. Klar, wenn man jetzt gekauft hat, wieder mit, wie wir es die letzten Jahre so oft gemacht haben, mit den tollen Versprechungen, ja, wir bauen auf dich, so wie es beim Gravenberg war und so weiter, wie es bei Mats Rui war und dann lässt man sich auf der Bank versauern, dann bringt das auch nichts. Ja, wir haben jetzt verpflichtet und wir sehen mit dem Neujahr, ja, das geht nicht mehr so, dieses Jahr nur noch oder nochmal ein Jahr danach und dann ist durch und man verpflichtet dann wieder einen Torwart irgendwie in gestandenen für 80 Mille oder so, ja, dann ist der Transfer im Nachhinein auch Bullshit. Aber, wenn sie den Weg durchziehen, den sie jetzt hier darlegen mit diesem Transfer, ja, dann bin ich guter Dinge. Warum nicht? Ich denke mal, ein Jahr hinter Neujahr oder im Training mit Neujahr und Ulle kann so ein Torwart auch nochmal einen Schritt weiter bringen. Ich weiß auch nicht, was geplant ist, vielleicht wenn Neujahr wieder fit ist, dann hast du ja keine Zweitorhüter auf der Bank, vielleicht kann er auch Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft sammeln, ich weiß es nicht, das werden wir alles sehen, aber perspektivisch gesehen halte ich das für die beste Wahl. Ich hätte es jetzt auch nicht gefühlt, wieder so ein Dejia oder wie auch immer zu verpflichten und dem Ulle voll die Nase zu setzen oder so. Ne, ich finde den Transfer in dieser Art und Weise genau die richtige Sache. Habe ich ja in einem anderen Video schon gesagt, dass ich mir sowas wünschen würde und bin da positiv überrascht und hoffe, aber mit dem Hinblick auf unseren neuen Sportdirektor, wo wir die kommenden Wochen dann wahrscheinlich auch ein bisschen was hören werden, bin ich guter Dinge, dass der sich auch dafür einsetzt, dass dann diese Art Spieler auch ihre Chancen bekommen. Und da bin ich sehr gespannt, freue mich drauf. Ja, alles was ich bisher so gesehen habe, war jetzt nicht nur dieses Video hier, macht er auf jeden Fall einen sympathischen Eindruck und wenn es so ist, wie Chrissy sagt, dass er bodenständig ist und reinpasst, ja, freue ich mich drauf und wenn er dann die Chancen bekommt, bin ich auch gespannt, ihn mal biederisch zu beurteilen. Vielleicht auch mal in den Vorbereitungsspiele in der Winterpause, falls da irgendwas geben wird. Ich bin sehr gespannt, und das ist, was ich sagen kann und ich heiße ihn herzlich willkommen bei uns und alles was von meiner Seite anbelangt, ist er super herzlich willkommen, egal welche Nationalität ein Mensch hat. Viel, viel wichtiger als die Nationalität ist einfach der Charakter und das, was man in der Birne hat. Es ist scheißegal, ob du ein Deutscher bist, ein Engländer, ein Israeli, ein Muslime oder sonst irgendwas. Das spielt alles keine Rolle und die Menschen, die das heutzutage immer noch nicht begriffen haben, dasselbe gilt mit der Sexualität, es ist scheißegal, ob du ein Hetero bist, ob du schwul bist, lesbisch oder sonst irgendwas. Was spielt das für eine Rolle? Leute, nehmt alle mal euren Stock aus dem Arsch und kommt mal ein bisschen klar in eurem Leben, Alter. Gut, das sind meine Schlussworte. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich freue mich auf Daniel bei uns, ist super herzlich willkommen. In diesem Sinne, bleibt gesund, Tschüssi.